Mal drauf, Leute. Geh auf, du blöde Scheiß. Du blöde Scheiß-Pytasien. Geh auf! Was die Zuschauer von dir denken. Du als YouTuber kriegst so ne Tüte nicht auf. Steh vor von dir, steh vor! Also du bist so vor Kamera, dass die Tüte willst du da öffnen und die Zuschauer gucken dir da zu. Süßisch, ich würd'n kaputt und lach nur, weil die Packung da nicht aufbekommen. Ich hab vor, wirklich, ich hab vor... Das wurde so geplant. Ich hab vor, wirklich, ja, probiert, eine Pistage verpackt und aufzubekommen. Hab so gemacht... Harald, sag doch gleich, dass du einfach blöd dafür bist. Und jetzt rede ich die Scheiß. Ähm... ...Pryzazienschale nennt man immer nicht auf. Kann bist du selber schuld! Naja, ich will jetzt mal gucken, wie es funktioniert, dieses... ...Beitraff... ...Tattelspiel hier. ... ...und wir mal... ...und wir mal die andere Spiele wieder installieren. Weil bei FIFA habe ich gerade so viel Aufnahme verproduziert. ...zum designen ist für die Karriere. Oh, ein Zombie-Binnestor kommt da hinten an. Was? Der will denn deine Blume teben? Aha. Okay, alle sind friedlich dort. Oh, da kommt's total. Fahne. Oh, da haben wir ein bisschen Schweine. Oh, da haben wir einen Hase. Oh, okay, das war mein Hase. Oh, da sind wir ein Zombie-Binnestor. Oh, da sind wir also ein Zombie-Binnestor. Okay, wir waren alle Hase. Die waren alle Hase. Von Ende pro Tag. Wie ist das? ich bin so glad ich bin so glad ich bin so glad weil ich mich nicht so gut ich bin so glad Wissen kommt mit mir. Das müssen wir gemeinsam bezeugen. Äh, ja. Okay, die Minecraft werden wohl anbetriffen. Oh, der ist so den verinstalliert, Momopoli. Ja! Jetzt wird er nochmals drücken. Okay, spielen. Okay, jetzt haben wir wieder einen Ruf vorbei. Aber es war wie wenn ich mit Minecraft hatte. Es stand nicht Riespildraten. Ja, mach du das. Mal gucken, wie das so abläuft. Voraussicht? Du hast Angst. Wie wir alle. Nein. Ich bin nur traurig, dass es so weit gekommen ist. Fangen wir an? Fangen wir an. Okay. Ich bin nur noch ein Kreativiker. Ich bin nur noch ein Kreativiker. Ich bin nur noch ein Kreativiker. suchen unsere welt wird angegriffen es wird verschlungen und es ist eine bedrohung die nur du verhindern kannst du drängt wirst du uns helfen ja ich muss halt helfen vielen dank jetzt tritt nach vorn tapferer hält und schließe dich uns an heute dein bauch fest das wird eine sekunde dauern willkommen ich fürchte wir müssen viel von dir verlangen ich glaube ich habe mir verlangt so ok sei mal mein charakter auswählen also sein outfit ja ja ok ich werde jetzt einfach ja ich habe mich nicht mehr so Hörst du? Äh, ja. Also, die Bücher, wo ich das gerade in Deutsch lese, soll ich jetzt mal rein gehen. Äh, ich bin jetzt... Aber ich hab vielleicht... Oh, egal. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeit gerade ausgewählt haben, aber ich muss ja nur der Schwierigkeit gerade sein. Was ist mit dir jetzt los? Komm von dir auf! Ich hab auf dich gewartet, weil ich wollte mit dir jetzt Monopoly spielen. Hallo! Bei mir ist es blöd geworden. Mir schlagen solche Reisen immer auf den Markt. Da steht noch in Uno drin. Danke, dass du den Mut hattest, herzukommen. Ich bin voraussicht. Und ich bin Mist. Ich wünschte, wir hätten uns unter anderen Umständen getroffen. Aber, diese Welt wird angegriffen. Doch, der hat Monopoly runtergeladen. Google Kreaturen, die Pigments genannt werden, sind aus ihrer feurigen Heimat gekommen, um dieses friedfertige Land und all seine Bewohner zu unterwerfen. Kinderkraft. Wir brauchen deine Hilfe, um sicherzustellen, dass das nicht passiert. Aber keine Sorge... Ja, Daniel, ich weiß, dass du auch da bist. Das hör ich an einem leisen Geläschter. Wir präsentieren! Geschenke! Ja... Mit den richtigen Melodien aus dieser Laute, sammeln und lagern die Helferlein Ressourcen für dich. Und bauen daraus, was du brauchst. Lachen an, schonmal. Alle Flappen. Du willst mich jetzt verarschen, oder? Nein, okay. Ich hoffe, ich bin hier. Die Golems helfen, uns die Oberwelt zu erschaffen. Und jetzt helfen sie dir, sie zu verteidigen. Okay. Spiele lieber Monopoly. Das ist das Moon-Banner. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Ich warte auf euch. Der Hunger der Piglins ist unersättlich. Die Piglins. Sie haben bereits einen Fuß in der Oberwelt. Und wenn ihnen nicht Einhalt geboten wird, verschrieben sie alles. Wir konnten die Geschöpfe unserer Welt nicht auf diesen Tag vorbereiten. Aber wir glauben, dass du es schaffst. Deshalb haben wir uns an dich gewandt. Wenn es Hoffnung gibt, dann dich. Das ist so. Hallo. Wir haben jetzt einen anderen Tag. Wir haben nicht viel Zeit, aber vielleicht gerade genug, um dir etwas über diese Werkzeuge beizubringen. Okay. Es ist nicht abzusehen, was du in der Oberwelt erleben wirst, jetzt, da die Piglins hier sind. Je früher du diese Werkzeuge beherrschst, desto besser. Alles klar. Geh zu Eifer. Dann können wir anfangen. Ja, ich reine mal zu Eifer hin. Hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Großartig. Und jetzt an die Arbeit. Die Oberwelt ist voller Ressourcen. Die Sammlung. Die Sammlung. Die Sammlung. Die Sammlung. Die richtige Melodie auf deiner Laute, dann sammeln sie alles für dich. Spielen wir zunächst die Melodie, um Holz zu sammeln. Und wir sind doch alle... Ah, erstmal die Melodie, um Holz zu sammeln. Also, Melodie spielen wir für Holz abfarmen. Ah, ja. Gut gemacht. Begib dich dorthin, wo Eifer ist, und benutze deine Laute, um etwas Stein zu sammeln. Gute Arbeit. Lass uns das wiederholen. Spiele diesmal die Melodie zum Sammeln von Steinen. Okay. Mach ich mal. Melodie auswählen für Steine sammeln. Mach ich mal. So. Jetzt hast du die Ressourcen, die du benötigst. Jetzt hab ich die Ressourcen, die ich benötige. Okay. Das ist das Spielen der Melodie, die die Helferlein dazu inspiriert, das zu bauen, was du bringst. Meine Freundin ist doof, XD. Hey, baue Treppen, damit du zu mir hochkommen kannst. Äh, warte. Das ist doch klasse, XD. X, D, 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 D. X, X, O. Wie mache ich hier denn die Treppen, äh? O, B, O. Die Spiele, die ich spiele auf einen, den die Treppen bauen. xp in computersprache es kommt nur auf die perspektive an alle neune getroffen neun pins beim kiel und das ist die nötigen werkzeuge hast um aus seiner plattform eine treppe zu bauen spiel du mal lieber monopoli ich hab doch von allen jahren auf dich und harald durchspielen war ja ich bin gleich wieder da ich hab auch hier wird auch holt bekommen diese flammen anzünden großartig jeder spawner hält die schöpfungsflammen die deine verbündeten rufen werden die spawner arbeiten rufe ein paar freunde herbei hallo zusammen aber sie werden die erfolgen das mutbanner und deine freunde zu mir zu bringen okay mit glücklichen also glücklichkeit kann ich sagen ich habe wuchs hier bin ich hier ist mutbanner hallo und sie so hallo dass die golems aufhören die zu folgen benutze dein banner erneut um sie anzuhalten ah ja jetzt noch hier in der ddr dann ist gut gemacht ok jetzt okay du sollst zu leiberten hallo kleine freunde oder beide drei es ist so okay Ja, ich bin nicht hier, meine Tränen, die Sprechen, okay. Vorher gleich hier sterbe, wenn ich es an, es hat leider dieses Tutorien.